Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Messmer Multimedia. Mein Kamerafreund Franco mit Assistentin Bernadette waren mit der Kamera beim Ballon-Event in Dittenkirch dabei. Hier ein kurzer Film der wunderschönen Wolkenreise. Schaut gerne mal in seiner Internetseite rein. Weitere Filme über den tollen Ballon-Event von Richard Schmäh folgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020